Musik 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 Sorry Leute, ich habe aus Versehen gerade die Aufnahme beendet Oder links, 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 die Autos Das tut links die Autos, ich glaube recht klar Truck Auto Alles da Loll Kann man einsteigen? Musst du gucken Wir nicht Wir konnten dir das Gebiet Nee, kann man nicht Oh, das ist doch assi Okay, das war's zum Glück Was war ich? Rein läuft was Willst du mich verarschen? Innen im Feld Oh, Leif Was sind deine... Was sind deine... Ich hab geschossen Ich kann mich aber nicht fühlen Ich kann mich aber nicht fühlen Das war ein Bug Ich finde es wird schwarz wird schwarz Was war ein Bug, dass deine Kleber explodiert ist? Nee, das war nicht meine Kleber, das war der Stolperdraht Ich hab den gelegt Ich hab den gelegt Ich hab mich ja nicht mehr bewegt, das ist schlimmer Hier vorne sind Fels sind welche Ich bin auf dem Weg Er hat den Motor immer ausgemacht Entschuldigung Warum bist du jetzt da man? Ready Du wirst halt Du wirst halt Du wirst halt Du wirst halt wirklich extra Punkte geben Ich hab den Feuer Maschinengunner 200 Meter We need to go Oh mein Gott Ich hab ihn aufhören zu schießen Oh mein Gott Ich hab ihn aufhören zu schießen Oh mein Gott Ich hab ihn aufhören zu schießen Halt angeschlossen Ja, du bist jetzt auch genau im Kreuz da, ne? Ja, irgendeiner muss ja die Kugeln auf sich lenken Und ich sehe ja gerade sowieso keinen, also Ach da Halt Ich kriege ihn aufhören zu schießen Er ist nicht würdig, es ist einfach 3 0 6 0 mit den links ist aber der Bewerbwerk deinem Feld mir das ist ein anderer in der Kupfer glaube ich er über ihn hatte sie zu besetzen ihn auf dem Punkt ach doch nicht sehen auch Abbie Ja so weit hätte ich können Wenn wir... Hast du mir an die da hingeschossen? Nein, da ist jemand Da, umfeld Rechts zwei Leute Äh, links Was ist das auf fünf Kilometer gesehen? Wo sagt das da mal jemand? Nord-Ost Rechts sie vor, Raider 2! Da ist jemand noch Ja, dahin beim Haus Ist uns gerade hinter das Haus gelaufen Hin meine ich Da, links vom Haus Ist da Rieflmann, 200 Meter, in front Lass mal hinlaufen weiter einfach Gleichzentrale, verschieb dich immer wieder nach vorne jetzt Oh, ich bin tot Frag dich lieber nicht Frag dich lieber nicht Ich finde das immer so geil, wie der sich hinwirft so aus dem Sprinten Oh, die Sonne sieht ja schön aus Das einzige was dir einfällt und du liegst also tot Oh, die Sonne sieht ja schön aus Ja, ein bisschen grauerlich Aber Da hat er mal eine Smoking geworfen Lass doch halt Ich lass die Gegner sich ablegen Da ist einer Ich hab zwei IR-Granaten Toll, das sind Infrarot-Granaten Oh Oh Das bringt uns nicht viel Ja, dafür steht auch IR Infrarot Egal, ich hab's ja Geh raus Ich glaub das gilt einfach nur Ähm So, als Markierung fürs Nachtsicht Mh, das glaub ich sogar äh, um das, um die zu blenden Mit Nachtsicht, ich glaub Nachtsicht, ja Okay, hier ist der Knall Ich bin schon acht Meter Alter Hey, wo bist du? Weit, 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 weit Alter, glaub Mann, 100 Meter nach links We're on the move Björn? Ja Kannst du versuchen zu mir zu kommen? Ach, da bist du Ich hab dich nicht mal gesehen, ey Hey, du liebst doch nicht Da vorne, da vorne ist aber wo ist jemand, deswegen Ja, aber ich bin tot Ich sehe Bewegung Rifleman 200 Meter Front Das ist Beta einfach Der trifft dich nicht One Taking command Ready Ich muss nachladen Racky up ahead Hab ihn Ja Es hält schwer mit einer linker Aufmerksamkeit Boah Taking fire Man 75 Meter Left Ich sehe halt gerade gar nichts Weil die Bäume im Weg sind Kontakt Soldat Man 200 Meter Front Enemie Fire Ich bin down Ja, guck mal, ich roll mich nochmal zu dir rüber Ey Wir werden, ich kann mich bewegen Ich heil mich noch Reader 2 Wir müssen von hier Jetzt Digger, bleib liegen Ja, geht nicht Ich wiederbelebe dich gerade Ja, geht nicht Ich wiederbelebe dich gerade Knachst du es? Ja, klar Ich habe mich noch geheilt währenddessen, deswegen Das Heilprozess war nicht zu Ende Also eigentlich bist du wiederbelebt? Äh Ja, eigentlich Eigentlich ist ein gutes Wort Ja, aber Gäng unter der Erde glaube ich Ich bin tot Ich bin tot Ich kann dich wiederbeleben Ich kann dich wiederbeleben Toll Äh, Auto? Keine Ahnung, ich sehe nichts Leg unter der Erde Im Kopf Kann ich dich checken? Ich hätte einmal V drücken können Vielleicht Probier ich nächstes Mal aus Okay, bist du wiederbelebt Oh, hat geklappt Oh mein Gott Ja, hier war doch irgendwo noch so viel los Ey, hier war doch irgendwo noch so viel los Ach Mensch Hi Ich hätte meine Granate einfach überlebt Oh, ist noch mehr los Oh Gott, das war knapp Was die denn immer? Links irgendwo Links irgendwo Oh mein Gott, ja das ist echt Wir haben auch Granaten Ja, ich sehe keine Da hinten Hinter dem Gebäude Blaue Stadt Blaues Gebäude, blaues Dach Links läuft einer Soldaten 40 Meter Nord-Vest 80 Soldats 400 Meter 53 15 3 Weapon Soldaten 400 Meter Nord-West Stolte Na, Na Er ist links direkt von dir Wo? Ich bin da Da ich bin ja wie er mich durch den baum trifft immer dann wird noch versteckt dich ich hab ich habe versteckt das einmal durch rennen vielleicht schaffst du es ja aufklärer, genau als aufklärer durch oder ne als angriff an, an, ein griffer automatischütze ich hab einen, 13 punkten, nein nein nein, Felder ich hab einen, glaub ich äh, hast du die da bei dem blauen dach gesehen? ne er ist ein Mähdrescher, Jürgen was? er ist ein Mähdrescher cool grid zero, four, niner, zero, three, six Spielst du eigentlich mit dem first person, oder? ja meistens äh 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 Auto Reader 2, clear off run we need to keep moving Reader 2 Reader 2, we need to move from here, now, keep moving Wer schießt du? Eta und Fiest jemand auf uns hier hin Ach da ich seh nicht das Problem, deswegen ist down bei Mähdrescher war da hörst du da hinten auch geknallt, Eps? na das sind unsere Leute na das war nicht unser wo bist du denn schon wieder hinten hier? wie gesagt die Sprinter hm wir sind auf dem Weg ach guck jetzt haben wir es geschafft warum sollte er nach vorne überlegt wenn ich dich halt sehen würde, wenn ich wüsste wo du bist das Auto rein weghang Maschine-Gunner, 300m, Front. Jetzt kann ich eigentlich die Automatik schützen, was ich sagen Könnte ich auch, das ist ein Spielchen, die eigentlich die ganze Zeit Und hier bist du noch entfernt, so Ach, da bist du, du bist blindst an mir gelaufen, ich dachte, du bist rechts Bin On you We're on the move 630 Meter noch Ja, nur noch Dann ist da wieder irgendwas und dann müssen wir wieder zurücklaufen Bist du? Ja, da war ne Wespe in der Luft Lass es mal, weil es verrät um die Position Anstrengend Ich wollte gerade sagen, es ist ganz schön ruhig hier Da ist ein Soldier Ja, eher da Zwei Wir da unten, was Zwei noch, zwei noch, zwei noch, zwei noch Zwei noch, zwei noch, zwei noch, zwei noch, zwei noch Wird angeschlossen Ich mach zwingend mit zwangsläufig Nein, 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 nein Schaffst du eh nicht Klar schaffst du es Ich mach nichts, ich mach nichts und ich bin leichter Siehst du denn weg Sag mir doch mal, ich sag das schaffst du nicht Ich kann nicht bei dir spawnen Warum nicht? Nicht möglich Nicht möglich in dem Modus Nein, du weißt es nicht möglich Bei dir zu spawnen Man kann nicht bei einem teammate spawnen Ich bin eben grad bei dir gespawnt Bei mir geht es nicht, Position geht nicht Zwei noch Karte Wir sind behind, ich habe gespawnt Zwei noch Karte So, drei Leute weniger Ach, das waren die Da hinten ist noch einer Da vorne Der kann auch woanders schon sein Da läuft das Auf dem Feldstein da hinten Im Wald Siehst du den? Richtung Nord Oh ja, da oben wäre ein Geistwort Das ist ja schön, dass ihr auf dem Move seid, Leute Wir sind da aber trotzdem Immer wenn die sagen, erkunden sie das Gebiet, kombinieren eigentlich Ja, aber die erkunden dann ja das Gebiet und nicht wir Nein, erkunden sie das Gebiet, sagen wir nicht Zwei Partys, move back to the infill point Recover our boats Toll Miller, with me Let's roll Wo läufst du live? Ich sehe deine Wabe wieder nicht Ich bin fast vor dir Ach da Irgendwie meine ich Bist du das? Ja, bist du Du wär die Frage Ja, rechts Links Rechts Am wenigst bewegen die Gegner nicht, äh unsere Freundin sich mal richtig Ah Ja Ich dachte hier immer, die sind ein bisschen faul, ne? Ach guck, ich wollte jetzt die letzten zwei Meter sparen, weil sie wissen, dass unsere Boote eh wieder zerstört werden Ja, stimmt, stimmt Also vom Feeling her fand ich diese Mission mit dem Ring, also die Mission Brandstifter ja am geilsten Die hier ist langweilig Hm? Die hier ist bis jetzt nicht so toll, finde ich Ja Wenn jetzt das Boot wieder zerstört wird, dann Kontakt Rifleman Das ist die Kack Oh, der steht direkt neben mir Kommt nicht zu Direkt neben mir Kontakt Rifleman Liga Liga Hat mir einen gegönnt What the fuck Ach Guck mal, der hatte sogar so ne... Ach ne, doch nicht Warte schon Typ 115 Teuer Spezialhelm Der hat sogar einen verdammten Minendetektor gehabt Warum kann ich seinen Helm nicht... Doch kann ich, gut Hab ich auch Woah Ich bin tot Das schaff ich nicht, bist du halt weg Ja Ich bin aber nicht stark gehittet, aber gut Ja, aber das ist... 81 Meter Ich kann dir übrigens sagen, warum du nicht bei mir spawnen konntest Warum nicht? Weil ich... weil du viel nicht mehr beim Squad drin warst ich... Du warst auch unten bei mir nicht mehr angezeigt Dass du beim Squad bist So, wir sind auch gar nicht im Squad Shit Ja, jetzt bin ich auch gerade tot Ich bin am Boot Aber du wirst mir jetzt auch gerade gar nicht angezeigt als Spiele Ah, ich bin... am Boot Ist noch heil Noch Und gleiches Motorboot ist das Toll, ich muss die dann bald spawnen Ja? Nee, warte, stopp, stopp Ah, okay, shit Weißt du, dann laufe ich da durch, dann kommen da wieder 5 Millionen Leute Oh, da hinten, da ist direkt ein Typ Ja Mann, 75 Meter zurück 2 Regroup Mann, 75 Meter zurück Ready Wait Aber wir sind denn im Squad jetzt Halt Unsere Leute laufen halt 2 Meter an den vorbei Und die schießen auf mich Und unsere Leute sehen die nicht Bist du das? Ja Denn du weißt, wo du hinmachst Ah Ja, ich glaub, du hättest es nicht gefunden Ja Weiß Ja, genau. Ist noch weiter weg jetzt. Ich habe ihn gehört, wie er geredet hat. Er läufte fünf Meter vor mir lang. Ich balle ihn ab. Er geht wieder weg. Also ich gehe in Deckung, weil ich nachladen. Beziehungsweise, was ist das Nachwarn? Ich habe mich versteckt. Ich dachte, er hat es dauernd. Und dann ist er halt immer noch da. Und unsere Leute denken sich auch nur YOLO. Lass uns einfach mal durchlaufen. Unsere Leute sind aber auch bei Weiten woanders, glaube ich. Nee, die sind genau da. Wo ich auch bin. Ach. Nee, die sind bei Weiten woanders. Nee, das sind andere Leute. Ich fände es cool, wenn man auch noch äh, ja andere Sachen. Also sich das Gear komplett alleine zusammenstellen könnte. Ja, ganz wird sicher. Das war's. So. Ich die falsche Richtung laufen. Ach ja. Kommst du mal nur noch mal hin? Es sind zwei Leute noch, ne? Mhm. Ich lauf einfach. Glaubst du nicht? Du wirst genau in die Reihen. Ja, das Gefühl habe ich leider auch. Ich markiere sie auf dem Meta-Warn auch. Im Prinzip muss man ja einfach nur was räuchen, ne? Also die Schritte. Im Prinzip kannst du auch mal rumlaufen, wo die. Was bist jetzt du? Nee. Aber es geht auf mich. Ich seh sie. Okay, wir haben beide. Wir warten. Okay, bin da. Ähm. Bin ich. Das bist nicht du? Oder bist du? Ich bin es. Da hinten bist du. Du darfst nicht in meine Scorcher. Achtung, hier nicht schießen. Nicht schießen! Weil ich bin der Leiter. Dynamit, für'schen. Warte, was? Achso. Ich bin sicher, der Boss will einen Brief von dir. Ja. Toll. Warum bin ich tot? Ich hatte hier ungeschaut. Toll. Sparten. Müller halt. Trotz Wipers Bemühungen waren sie in der Lage, Captain Miller erfolgreich aus dem Einsatzgebiet zu extrahieren. Ach, Wiper sind dann diese Spezialeinheiten. Ja. Äh. Sechs respawns. Und... Hier eine Menge Abschüsse. Irgendwie 29 Abschüsse oder so. Ich bin weniger gestorben als du. Was bedeutet denn das? Äh, bei den Zielen, ne? Das ist ja bei manchen Haken und bei manchen Strichen. Aber da, wo Striche sind, die konnten wir doch gar nicht erfüllen. Ja. 45 Minuten habe ich diese Scheiß-Mission gebraucht. Ja. Wollen wir noch weitermachen? Nein, Mann. Jetzt reicht's erstmal. Oh, da sind Pfanz auf dem Weg. Haben lang gebraucht. Sechs sind wir jetzt Apex- Leute. Wir hoffen... Jetzt sollen wir Viper aufspüren. Oh, nee. Viper hat anscheinend ein Bosnäers-Viper. Ach. Leute, wir hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Das ist eine Drohne. Und... Ja. Lass den Daumen nach oben da. Wenn ja... Haut rein. Mach's gut, haut rein. Tschüß. Tschüß.